Das ist Martin. Seit vielen Jahren arbeitet er als Flottenmanager. Die Erfassung von Fahrtenbücher seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, darunter Poolfahrzeugnutzer, Kilometergeldabrechner und Firmenwagenbesitzer, ist eine zentrale Aufgabe. In seiner Anfangszeit wurden die Fahrtenbücher noch händisch erfasst. Die Manipulationsgefahr war so groß wie der Aufwand. Später erfolgten klassische Lösungen von elektronischen Fahrtenbüchern verbunden mit hohen Einbau- und Wartungskosten. Heute setzt Martin voll und ganz auf das Drivebox-Prinzip. Für nur 9,99 Euro im Monat erfasst die Drivebox alle Daten vollautomatisch. Sie muss lediglich angesteckt und die Fahrt via App definiert werden. So kann Martin sich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren. Holen auch Sie sich das Sorglos-Paket Made in Austria. Die Drivebox inklusive Box, App, Web, SIM-Karte und vollem Garantieschutz. Untertitelung des ZDF, 2020